Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Herzogs Outdoor Season Box von Herzog. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Herzogs Outdoor Season von Herzog, das Ganze am 10. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist, um genau zu sein, gar kein Album, sondern es ist eine Feature Compilation. Wir haben hier eine Box im regulären Format. Das Ganze kam natürlich bei mir eingeschweißt an. Ich habe das auch schon einmal ausgepackt, allerdings hat dann irgendwie meine Kamera, speziell die Speicherkarte, irgendwie Faxen gemacht. Deswegen jetzt mein zweiter Versuch. Ich hoffe diesmal etwas besser. Ja, wir haben hier die violette Box, ansonsten hier noch weiß und grün. Oben links lesen wir Bombenprodukt präsentiert, also das Label von Herzog. Dann haben wir rechts 19 Songs, all features, includes three unreleased songs. Also wir haben hier bei diesem Feature Compilation Pack 19 Songs und drei davon sind bisher unveröffentlicht. Also drei sind hier neu hinzugefügt worden. Ansonsten sind es allesamt Tracks, die Herzog im Laufe seiner Karriere bei anderen Rappern beigesteuert hat. Also seine Feature Parts. Wir haben hier dann den Interpreten abgebildet. Dickerchens Finest. Das finde ich auch sehr spannend, dass hier das Cover so von der Beschriftung her sowohl Deutsch als auch Englisch gehalten wurde. Hier lesen wir dann wieder Englisch. Bio 100% Organic. All Natural Acoustic Fertilizer. 420ml. Herzog Feature Compilation Pack. Herzogs Outdoor Season. 200kg geeignet als Präsent für eine Party. Reicht für ca. 19 Anwendungen. Ja, nachdem es 19 Songs sind, haut das hin. Von unten in violett. Rechts sieht das Ganze so aus. Netto Volumen 19 Portions plus 3 extra. Okay, da bin ich mir jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil es steht ja eigentlich 19 includes. Also hier heißt es 19 und bei diesen 19 sind 3 dabei. Hier steht jetzt 3 mal extra. Naja. Main Ingredient Herz OG. Koscher Kusch und Larry OG. Ja, das ist ja die eigene Sorte, die Herzog gegründet, geschaffen hat. Additional Ingredients. 35 Growth Enhancing Elements. Okay. Gut. Also, sehr schöne Box. Von hinten sieht das Ganze so aus. Wir haben hier Herzog in einem Dschungel aus Pflanzen. Die sind hier wirklich Meter hoch. Hier oben lesen wir wieder Attention Acoustic Use Only. Dann haben wir hier die Inhalte der Box. Compilation CD, Sturmmaske, Geldklammer, Poptop, Panzerband und drei Sticker und die Beteiligten. Barcode ist hier keiner drauf. Warum? Das Ganze gab es exklusiv im Webshop von Distri. Bedeutet, diese Box gibt es nicht bei Mediamarkt, nicht bei Saturn und auch nicht bei Amazon, sondern wirklich Distri exklusiv. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal ein Klebeband. Dann haben wir hier das Poptop. So ein kleines Döschen. Eine Geldklammer. Eine Sturmhaube. Drei Sticker. Und natürlich das Album, das Feature Compilation Pack. Von innen die Box in weiß. Eine reguläre Clubbox. Packen wir mal zur Seite. Ja, hier waren auch diverse Sachen noch in Folie, die jetzt natürlich auch nicht mehr in Folie sind. Wie gesagt. Und deswegen können wir auch gleich mit dem Album starten. So, wir haben hier ein reguläres Toolcase. Herzog wieder im dichten Dschungel abgebildet. Bombenprodukt präsentiert. Hier steht jetzt wieder Includes. Also ich gehe davon aus, dass es 19 sind. Und da sind eben die drei dann mit dabei. Feature Compilation Pack. Herzogs Outdoor Season. All Natural Acoustic. Fertilizer 420 ml. So, sieht das Ganze aus. Auf der Seite lesen wir auch wieder Herzogs Outdoor Season. Und auf der Rückseite die Tracklist. 19 Stück sind es geworden. Wie gesagt, 16 davon schon bekannt. Aus der Vergangenheit. Und drei neu hinzugekommen. Hier haben wir den Herzog mit einer Zange oder Schere. Also es sieht hier nach Erntezeit aus. Und wir schauen mal. Wir haben hier nämlich, nachdem es ja eine Compilation ist, unfassbar viele Features mit dabei. Und zwar, ich werde jetzt nicht jedes einzelne, aber wir schauen mal. Wir haben Features von Sadicent, PTK, Dr. Surabi, also klar, Bombenprodukt, beziehungsweise ehemaliges Bombenproduktcamp. Saeed84, Akats, DOP, Taylor, Orgi, Farag, TAKS, Babasat, Kongorilla, Mosh, Papas, Milonair, Hamad45, Diluman, A0, Olexesh, Fuchs, Kontraka, Tonidazi, Taimo, Tamash, Orgi. Bones MC, Rav Camorra, Tarek Kizet. Ja, da ist echt einiges los an Features. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze hier von innen aus. Es ist wirklich nur ein Einleger. Also kein Booklet, man kann das hier auch natürlich rausholen, aber das Ganze ist hier einfach beidseitig bedruckt. So sieht das aus. Kein Booklet ansonsten hier drin. Dann haben wir die CD. Die sieht so aus. Auch hier wieder Pflanzen, wie man es von Herzog kennt. Beziehungsweise Sorum, Herzogs Outdoor Season, lesen wir auch hier. Und natürlich auch auf der Rückseite wieder. Was lesen wir hier noch? Photo Axelent aka Asi Axel. Also, der gute Mann dürfte hier die Fotos fabriziert haben. Das war es zu dieser Feature Compilation. Wie gesagt, 19 Tracks, drei davon neu. Dann haben wir mit dabei eine Sturmmaske. In feinster Camouflage Optik. Dann lesen wir hier oben über den Augen, in orange, BP Militär, also Bombenprodukt Militär. Da hat Herzog auch diverse Sachen für die Zukunft angekündigt. Bin gespannt, was da noch so kommt. Dann hier natürlich das Logo von Bombenprodukt. Und hinten, also auf der Rückseite, auf dem Hinterkopf, alles hier in Camouflage, ohne Schriftzüge. So, dann schauen wir mal kurz hinein. Ob, ja, hier haben wir es. Also, auch hier wieder das Logo von Bombenprodukt, One Size. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Auch hier Distri, 100% Polyester und Made in China. Grüße gehen raus. So, dann haben wir darüber hinaus noch eine Geldklammer. Gab es ja auch schon diverse Male in Boxen. Die ist dann doch recht groß. Auf der einen Seite haben wir hier den Bombenprodukt Strifzug hier, diese Kalligrafie. Und auf der Rückseite wieder das Logo. Die kommt in so einem dunklen Silbergrau, aber Hochglanz eben, sieht echt gut aus. Drei Sticker sind mit dabei. Einmal dieser hier, ACAB, aber nicht das, was ihr denkt, sondern wir lesen hier Amnesia Critical Acapulco Blueberry. Und das Ganze ist hier von DRUGT. Das ist meines Wissens die Marke von Herzogs Bruder von 86 Kilohertz. Also ein Sticker in quadratisch schwarz-gelb. Dann haben wir einen weiteren quadratisch mit dem Bombenprodukt Schriftzug hier, diese Kalligrafie. Die finde ich echt sehr gelungen, diese Schrift. Und einen dritten Sticker, der kommt hier mit dem Herzog Comic Gesicht. Das ist aus seiner gemeinsamen Kooperation mit ROA. Jawohl. Also, drei Sticker, allesamt quadratisch. Ein Pop-Top. Habe ich davor auch noch nicht gehört oder gewusst, was das ist. Also hier so ein kleines Döschen. In schwarz gehalten. Auch hier wieder Bombenprodukt Schriftzug. So sieht das aus. Und auf der Oberseite, was lesen wir hier? Squeeze sides below cap. Okay, also hier seitlich drücken. Ah ja. Und dann springt das Ganze automatisch auf. Macht hier einen wunderschönen Sound. Können wir uns das nochmal anhören. Jawohl. Und hier kann man dann Sachen reinpacken, die vielleicht etwas geruchsintensiver sind. Und wenn man das hier entsprechend verschließt, dann bleibt der Geruch da drinnen und dringt nicht nach außen. Also je nachdem, was man da befördern möchte. Es ist da drinnen gut aufgehoben. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier ein Klebeband. Da ist echt einiges drauf. Also das sind viele, viele Meter an Länge dabei. Und das Klebeband ist komplett in dieser Optik. Also weiß mit schwarzem Herzogschriftzug. Und das kann man dann wunderbar bei sich verkleben. Jawohl. Gut. Das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Klebeband. Dann haben wir hier die Geldklammer. Ebenso wie die Sturmmaske. Das kleine Döschen hier. Top, top. Die Sticker. Dreimal quadratisch. Der eine hier etwas eingeknickt. Und natürlich das Feature Compilation Pack. Herzogs Outer Season. Mit 19 Tricks und ohne Ende Features. Jawohl. Das alles. In dieser wunderbaren Box. Herzogs Outer Season von Herzog. Was es zusätzlich noch gab, wenn man das Ganze über Distri bestellt hat, waren einmal diese zwei Gutscheincodes hier. Also das waren einfach wie so Flyer, so kleine Kärtchen hier mit Werbung für mycbdplug.de. Und einmal hier Smoking. Da haben wir extra feines Zigarettenpapier King Size. Also das gab es oben drauf noch, 33 Stück. Ich gehe mal stark davon aus, wenn ihr das bestellt, diese Box, dann bekommt ihr das hier ebenso dazu wie ich. Jawohl. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise der Box. Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Herzog unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war es für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.